Ich begrüße Sie recht herzlich zur 390. Ausgabe. Ich darf Sie bitten, die gesamte Nachbarschaft aus dem Bett zu läuten, denn es könnte heute ein magischer Moment werden. SharePoint Podcast, Ausgabe 390 vom 4.04.2018. SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 390. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Wow, was für ein schönes Intro. Das muss ich jetzt erstmal kurz aufklären. Ihr hörtet gerade Willkommen Österreich. Die Sendung mit Dirk Stiermann und Christoph Chrissemann. Die machen seit mehreren Jahren, ich glaube auch schon seit 2007 oder so, diese Late-Night-Show Willkommen Österreich gibt es immer am Dienstagabend auf Österreich ORF 1 oder 2. Ich weiß nicht, ich gucke es ja in der Mediathek. Und gestern Abend am Dienstag war es die 390. Ausgabe. Naja, und wir haben heute die 390. Ausgabe des SharePoint Podcast. Da bot es sich ja förmlich an, sich das Intro aus dieser Sendung mal zu schnappen und hier mit einem freundlichen Gruß an meine österreichischen Hörer ja, diese 390. Folge einzuleiten. So, ich habe den März geschwänzt, aus verschiedenen Gründen, die ich hier gar nicht weiter erläutern will, aber dafür, der Frühling ist da. Draußen scheint die Sonne, wenn ich rausgucke. Wir haben 18 Grad, der Schnee ist weg, die Kälte ist weg, die Blümchen blühen. Und am 10.04. endet der Support für den SharePoint Server 2013 Service Pack 1. Und zwar sozusagen der richtige Support. Danach gibt es nur noch Security Fixes. Ich hoffe, ihr wisst das alles. Wenn ihr ein 2013 im Einsatz habt, seid ihr auch dabei, euch mit der Migration zu beschäftigen. Ich habe nochmal einen Link dazu gepackt, wo man sich darüber noch informieren kann. Ja, so hat alles seine Zeit und neue Zeiten sind da, klar. Und im März ist einiges passiert. Wir haben ein Jahr Teams gefeiert. Microsoft hat dort eine ganze Reihe neue Ankündigungen zu Teams gebracht. Ich denke mir, ihr werdet ihr auch mitbekommen haben. Teams werden wir demnächst hier mal auch ein bisschen ausführlicher behandeln. Was aber für uns im SharePoint-Bereich ganz interessant ist, dass seit Ende März jetzt die schon im letzten Jahr angekündigten SharePoint-Hub-Sites ausgerollt werden. Klammer auf. Mittlerweile sollen sie auf allen Office 365 Tenants vorhanden sein, die im Targeted Release oder wie man früher sagte, First Release, Circle enthalten sich oder dafür angemeldet haben. So, bei mir ist es auch drauf. Ich habe dazu auch gleich ein kleines Video gemacht, wie man das einrichtet. Da muss man nämlich im Moment, weil Microsoft, sagen wir mal, noch so ein bisschen testet, muss das per PowerShell aktiviert werden und hat auch erstmal so ein paar Basisfunktionen. Da ist also wirklich noch einiges im Werden. Und wir wissen ja, dass in der vierten oder in der dritten Maiwoche in Las Vegas der SharePoint-Konferenz Nordamerika stattfindet, auf der Microsoft, obwohl sie nicht veranstaltet sind, aber sie sind ganz massiv dort mit Manpower vertreten und natürlich auch mit Speaker. Und da wird es noch einige kräftige Ankündigungen geben rund um SharePoint, Office 365 und das ganze Paket. Und bis dahin muss das natürlich alles noch ein bisschen hübscher aussehen. Ich habe, wie gesagt, ein kleines Video gemacht, mit dem ihr euch schon mal anschauen könnt, wie man das einrichtet und wie man sich zunächst mal auf diesen SharePoint-Hub-Sites ein bisschen orientieren kann. Da müssen wir uns mal ein bisschen rausarbeiten, wie das Ganze funktionieren soll. Und ja, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut und ja, auf den ersten Blick sage ich, wow, supi. Mit den SharePoint-Hub-Sites kommt so ein bisschen die Idee dieses klassischen Intranets, wo man strukturiert an eine gewisse Baumstruktur rangeht, um bestimmte Organisationsstrukturen abzubilden und die auch in der EDV darzustellen, umsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Hub-Sites. Wir haben ja das Problem gehabt, dass wir im letzten Jahr eigentlich alle nur noch über Teams geredet haben. Zumindest meine Blase hat hauptsächlich darüber geredet, also meine virtuelle Blase. Und wir so das Thema Intranet, naja, old-fashioned, eigentlich schon abgeschrieben. Zumal ja auch auf Office 365 eigentlich so eine richtig klassische Unterstützung wie mit den Publishing-Sites nicht das Optimum dort war. Und da waren ja Hub-Sites angekündigt worden, die dann die modernen Team-Sites und die modernen Collaboration-Sites unter einen Hut bringen sollen. Und das ist ja das, was irgendwie gefehlt hat. Jeder konnte jetzt Sites bauen. Wir haben jetzt mal unsere Sites in Teams drin. Und wir können Collaboration-Sites bauen. Man merkt aber, dass irgendwo natürlich in den Unternehmen und auch bei den Mitarbeitern irgendwo auch der Bedarf dafür ist, gewisse Strukturen zu erzeugen, die irgendwie auch ein bisschen in sich konsistent sind. Und genau das machen eben die Hub-Sites. Das Konzept, ich weiß nicht, ob ihr euch schon damit beschäftigt habt, prinzipiell funktioniert das so, erstmal nur auf SharePoint Online. Und ich habe die Möglichkeit, eine Hub-Site aufzusetzen, die so als Ankerpunkt dient. Und diese Hub-Sites kann ich dann verschiedene andere Sites zuordnen. Sprich Team-Sites, Communication-Sites im modernen Design, aber auch per Link andere Seiten. Und diese Communication-Sites und Team-Sites, die diesem Hub zugeordnet werden, die übernehmen dann bestimmte zentralisierte Funktionen. Also zum einen gibt es in der Hub-Site und auf allen dazugeordneten Sub-Sites die Cross-Site-Navigation, also einen eigenen Navigationsbar, der überall eingeblendet wird. Sodass ich dann quasi in meinem Hub, in dieser kleinen Struktur, eine eigene Navigation habe. Das zweite ist, es gibt ein konsistentes Look and Feel. Das heißt, ich kann der Hub-Sites ein Design zuordnen und das wird dann auf alle darunterliegenden Seiten mit durchgereicht. Sodass die alle dann, weiß ich was, alle sehen sie grün aus oder alle sehen sie blau aus, aber ich habe halt so eine gewisse Konsistenz da drin. Wenn ihr das praktisch ausprobiert, dann kann es ein bisschen dauern, bis das online ist. Zumindest war es noch vor Ostern so, als der Marc Cashman ein Online-Webinar gemacht hat mit Live-Demo und hat dann auch mal umgeschaltet und das passierte dann nicht so schnell. Aber das liegt einfach daran, dass da irgendwie noch ein bisschen mit Cash gearbeitet wird oder ähnliches. Vielleicht hat sich mittlerweile auch geändert, ich habe das jetzt aktuell nicht mehr geprüft. Aber vom Prinzip her, Hub-Site, ein Design, alle dazugeordneten Seiten, gleiches Design. Und ändere ich es in der Startseite, also in der übergeordneten Seite, ändert es sich auch in allen untergeordneten Seiten. Das dritte ist ein Content-Roll-Up. Das heißt, ich kann auf der Hub-Site so einen News-Web-Part und einen Benachrichtigungs-Web-Part installieren. Und das sammelt dann von den Unterseiten die entsprechenden Einträge ab und bietet praktisch so einen übergreifenden News-Aggregator oder Benachrichtigungs-Aggregator, der auf der Seite dargestellt wird. Und last but not least, auch die Suche wird auf dieses Hub fokussiert oder gescoped. Das heißt, ich kann dann in der Suche nur die Dinge durchsuchen oder die Seitendurchsuchungen, die dem Hub zugeordnet sind. Vom Prinzip her sehr schön, was extrem gut ist, dass das ein dynamisches Konzept ist. Und wer sich früher mit dem Aufbau von SharePoint Intranets beschäftigt hat, der weiß, man hat dann seine Strukturen festgelegt, die Abteilung HR, Marketing und dann darunter die entsprechenden Unterabteilungen angelegt und Unterprojekte angelegt. Und wenn dann mal eins im Rahmen einer Reorganisation von A nach B verschoben werden musste, das war ein ziemlicher Stress. Mit den Hub-Sites sieht das anders aus, denn ich kann jedes Hub-Site relativ einfach, und zwar geht das sogar über die Browser-Oberfläche, einer anderen Hub-Site zuordnen. Immer nur einer, aber kann das dynamisch wechseln. Und insofern ist da der Umzug von einer Abteilung und die andere eigentlich kein Problem, weil, wie gesagt, diese Hub-Site-Navigation auch außerhalb der ganzen sonstigen Navigation steht. Ja, also das ist so das Erste, was man rund um diese Hub-Sites gesehen hat, ist, glaube ich, eine sehr schöne Sache, weil diese Funktionalität einfach bisher auch auf SharePoint Online fehlte. Und zwar, dass sie auch so in dieses ganze moderne Design reinpasst und jetzt heißt es mal, sich ein bisschen genauer damit zu beschäftigen, um zu sehen, wie man das konzeptionell denn umsetzen kann. Denn ich glaube nach wie vor für viele Unternehmen, die jetzt noch klassisch SharePoint sind oder die bisher auch gearbeitet haben, für die ist so ihr Intranet, was sie mal aufgebaut haben, eben mit einer Abteilungsstruktur, mit Publikationsbereichen und dann mit einer zweiten Struktur für die ganze Projektarbeit. Das ist so das, worum wir uns, sagen wir mal, die meisten noch wohlfühlen. Und dafür haben wir halt in der modernen Welt auf Office 365 jetzt einmal SharePoint Online mit den Hub-Sites, mit den modernen Communication-Sites, mit den Team-Sites. Das ist so dieser Intranet-Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Teams und Yammer mit diesen Chat-basierten, Projekt-basierten Bereichen, wo Zusammenarbeit und Kommunikation im Vordergrund stehen. Ich habe mir das ein bisschen länger mal angeschaut und mal darüber nachgedacht. Also im Prinzip ist das eine gar nicht so verkehrte Idee. Ich sehe bloß im Moment ein Problem, gerade mit Teams, dass wir in eine Diskussion wieder reinkommen, die wir eigentlich irgendwie schon mal als gelöst gesehen haben. Wir haben in den letzten Jahren immer sehr viel darüber diskutiert, die Technik muss weg sein, wir müssen uns jetzt über Change Management, über digitale Transformation, über Anwendung und so weiter unterhalten. Wenn ich mir so die aktuelle Kommunikation rund um Teams angucke, was so in unseren Community-Kreisen los ist, dann geht unheimlich viel über Tooling. Ja, wann nutze ich denn was und was kann ich denn da einsetzen und wieso habe ich es denn hier und wo ist es denn da gespeichert und so weiter und so fort. Also die Vielzahl der Tools, die jetzt in Teams beispielsweise drin sind, in Verbindung mit Power-Apps und mit Flow, mit denen ich dann auch selbst Anpassungen machen kann, plus den Hub-Sites und den ganzen SharePoint-Online-Geschichten. Das ist glaube ich so eine Herausforderung, da jetzt wieder eine schöne Geschichte zu bauen, wo sich dann jeder auch wiederfinden wird und wo man dann auch vermitteln kann, okay, hier ist unsere Best Practice, so könnte man jetzt ein modernes, dynamisches Intranet mit guten Kommunikations- und Zusammenarbeitsfunktionen aufbauen. Die Herausforderung wird sich stellen. Ich denke mir, da werden wir mehr, wie gesagt, auf der SharePoint-Konferenz in Nordamerika, in Las Vegas hören, aber natürlich auch in den Veranstaltungen, die demnächst hier in Europa und in Deutschland stattfinden sollen. Unter anderem würde ich da mal gleich darauf verweisen auf den European Collaboration Summit Ende Mai in Mainz. Da hatten wir ja letztes Mal schon ein paar Freikarten verlost, die sind alle weg. Da, das liegt eine gute Woche hinter dem nordamerikanischen Summit und es kommen eine ganze Reihe von Microsofties und Sprecher von dieser Konferenz auch nach Europa, nach Mainz. Dan Holm wird da sein, Weser-You-Wund wird da sein und viele, viele andere. Und ja, ich bin auch mit dabei und wir werden dort dieses Thema dann ausführlich diskutieren und natürlich auch das Thema SharePoint 2019, denn das steht ja auch noch an. Die On-Premise-Variante für das nächste, für die nächste Generation und ich werde am Dienstag, dem 29. Mai um 16.05 Uhr das Panel auf dieser Konferenz moderieren, das sich mit SharePoint 2019 beschäftigt und ich werde mir mal ein paar Experten zusammensammeln und wir werden dann mal drüber diskutieren, wo findet dann jetzt auch noch diese On-Premise-Plattform mit SharePoint 2019 in diesem ganzen Konzept. Ja, was dann auch noch spannend wird, ist die Frage, wie mache ich dann aus meinem On-Premise-SharePoint basierten Intranet, was vielleicht auch 2010, 2013 läuft und eine schöne Struktur hat mit Abteilung, Unterabteilung und dann einen zweiten Baum dann auch mit Projekten und so weiter und so fort. Wie mache ich das dann auf SharePoint Online mit Hub-Sites und mit Communication-Sites und mit Team-Sites und wie migriere ich das Ganze dahin? Das wird sicherlich spannend werden und dann auch natürlich auch unter Zuhilfenahme der ganzen modernen Funktionen, die in Teams und so weiter mit drin sind. Das ist glaube ich ein ziemlich großes Spielfeld, da bin ich gespannt, wie die Antworten der Experten zu lauten und das werden wir auch hier sicherlich intensiv diskutieren. Ich werde auf dem Collaboration Summit sein und werde mir auch mal eine ganze Reihe von Experten schnappen und mit denen das Ganze mal durchdiskutieren und mal gucken, was so die Lösungsvorstellungen sind. Also ihr merkt, es ist richtig spannend, der Frühling, es keimt alles und wir haben eine ziemlich interessante, spannende Saison vor uns, wenn es rund um SharePoint und Office 365 geht. So und zum Abschluss der Folge gucke ich nochmal in unseren kleinen Terminkalender und würde euch gerne nochmal auf zwei, drei Veranstaltungen hinweisen. Einmal eine neue Veranstaltung, die nennt sich Office Camp 2018, die wird vom 18. bis 20. Juni in Gelsenkirchen durchgeführt werden. Das Office Camp, sowas ähnliches gab es schon mal für andere Microsoft-Technologien und ist also eine ganz neue Veranstaltung. Wenn ihr da mal in die Agenda reinschaut, dann werdet ihr sehen, es gibt diverse Sessions, die sich halt hauptsächlich um den modernen Arbeitsplatz beschäftigen. Rudi Knickt organisiert das Ganze und das sind richtig lange Sessions, also die Workshop-Tracks und wenn ich hier mal reinschaue, die sind alle in der Regel 90 Minuten lang. Und wenn ihr auf die Sprecherliste schaut, dann werdet ihr sehen, da sind auch viele bekannte, aber auch unbekannte Sprecher drin, also zumindest, ich will nicht sagen unbekannt im Sinne von unbekannt, sondern die nicht so oft auftreten. Und das kann ja auch sehr spannend sein, sich mal vielleicht ein paar andere Meinungen anzuhören. Das Ganze gibt es, wie gesagt, vom 18. bis 20. Juni in Gelsenkirchen und ihr könnt das Ganze, wenn ihr das bucht, ist so Komplettpaket mit Veranstaltung, Übernachtung, allem drum und dran. Der Rudi macht das da so als Komplettpaket. Kern der Veranstaltung ist insbesondere auch, intensiv in den Kontakt mit den Speakern zu kommen und sich dort auszutauschen. Ja, und wenn ihr da euch anmelden wollt, schaut auf unsere Angebotsseite auf der Community, da gibt es 10% Community-Rabatt. Und dann schaue ich nochmal hier auf meine andere Seite, wo habe ich das hier? Genau, und dann noch eine zweite Veranstaltung, das ist eine etwas kleinere Veranstaltung, die findet in Aschaffenburg statt am 17. und 18. Mai. Und das ist der New Workday, der Komfort-Tag. Ich werde selber mit dabei sein, mein SharePoint-Sendungsmitstreiter Gernot Kühn wird mit dabei sein. Und ja, das ist eine kleine Veranstaltung. Wir rechnen, glaube ich, mit 120, 130, 140 Mitteilnehmern. Und ja, wir wollen dort auch in kleineren Sessions über SharePoint, über das moderne Arbeiten sprechen. Gernot hat sich ja mittlerweile ein wenig auf das Thema Social Learning spezialisiert. Oder sein Stichwort ist Learning Out Loud und wird dazu sprechen. Ich werde mir dieses Thema, was ich heute Morgen, was heißt morgen, am Anfang dieses Podcasts mit euch schon ein bisschen andiskutiert habe, die Frage, wie sieht denn so ein modernes Intranet aus, das werde ich ein bisschen mit reinbringen. Ja, und das findet am 17. und 18. statt. Am 17. ist ein Konferenztag. Am 18. gibt es noch ein paar Workshops, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Schaut einfach mal auf der Webseite nach und guckt mal, ob wir uns dann dort auch treffen. Würde mich freuen. Ich grübel übrigens auch noch drüber nach, wie ich hier in diesem Format ein bisschen, ich sage mal, mehr Regelmäßigkeit reinkriege. Wir haben ja im letzten, früher hatten wir mal so jede zweite Woche eine Folge. Da bin ich ja noch auf 26 Ausgaben gekommen im Jahr. Wir haben es im letzten Jahr, war das immer ein bisschen mehr sporadisch. Viel mit Interviews. Ich würde ganz gerne irgendwie wieder etwas Regelmäßiges einrichten zu einem bestimmten Termin. Ich denke mir, dazu kann ich euch im Mai mehr sagen. Die nächsten Folgen sind auch schon, sagen wir mal, strukturell angeplant. Denn in zwei Wochen gibt es hier in Berlin die Intranet Reloaded Konferenz. Da werde ich auch wieder mit dabei sein. Und da haben sich schon ein paar interessante Kontakte aufgetan, mit denen ich gerne sprechen möchte, über Ihre Ansichten und Ihre Erfahrungen mit digitalen Arbeitsplätzen. Auch insbesondere aus großen Unternehmen. Das wird spannend werden. Ich habe da übrigens auch ein World Café, was ich moderiere auf der Veranstaltung, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Das Intranet, das dynamische, moderne Intranet. Und da werde ich euch sicherlich auch noch ein gutes Feedback geben können. Und wir werden natürlich wieder viele, viele Videos machen. Ach ja, da fällt mir ein. Mensch, da fällt mir doch ein. Ich hätte dieses fast vergessen. Wir haben noch ein Video gemacht für alle unsere Freunde, die mit Nintex Workflow arbeiten. Denn da gab es ja Ende Februar in San Diego die Hausmesse von Nintex Exchange. Und der Enrico Knapp von der ETAX war dort und hat auf dem Nintex User Group Treffen in Berlin zusammen mit der Cosima von Kries, die ist Nintex Technical Evangelist hier im EMEA-Raum, die wichtigsten Neuerungen vorgestellt. Und wir haben das schön aufgezeichnet, als Video aufbereitet. Und das könnt ihr euch anschauen, 20 Minuten, kurz und knapp zusammengefasst, was sind so die Neuerungen und das alles mal ein bisschen aus der Sicht von Enrico als Consultant und der Cosima aus der Sicht von Nintex. So, jetzt bin ich aber durch mit meinen Themen und Shownotes findet ihr wie üppig auf sharepointpodcast.de. Auf SharePoint Social schaut euch um, dort gibt es die ganzen Community-Informationen mit den Terminen. Der Terminkernende ist voll, User Group Treffen sind angekündigt, die Angebote findet ihr da. Und in diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Grech. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Als Fassungsantik-Anwender. Das war der SharePoint-Anwender. Das war der SharePoint-Anwender. Untertitelung des ZDF, 2020